... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind hier an der Rosa Allee 92 bei der Trauerkundgebung für Rosemarie F. Rosemarie F. wurde vor wenigen Tagen hier zwangsgeräumt und ist gestern Nacht verstorben. Okay. Okay. Zwang, 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 Zwang und Götzitz. Zwang, 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 Zwang und Götzitz. Zwang, Zwang, Zwang und Götzitz.